Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragons Dogma 2. Heute, ihr habt es im Titel gesehen, mit dem Platin Guide. Das mache ich immer ganz gerne, wenn ich ein Spiel im Stream durchgespielt habe. Dann, wenn mir das gefallen hat, mache ich das meistens auch auf Platin. Und im Anschluss, am Ende eines Spiels, gibt es dann hier zum Abschluss nochmal den Platin Guide von mir. Das ist jetzt nicht ein komplett Platin Guide durch alle Trophäen und ich laufe mit euch wirklich das komplette Spiel ab. Das kann ich mit meiner Zeit leider nicht bieten. Aber ich kann in die Trophäen gehen und euch ein paar Worte zu jeder Trophäe geben, die schwierig sind. Und was meine Erfahrung aus diesen Trophäen war. Die Trophäen kann man nämlich hier nach Seltenheit, das bedeutet wie viele Leute diese Trophäe schon haben, sortieren. Und da würde ich einfach mal mit euch durchgehen und ein paar Worte zu verlieren. Und da sind wir hier auch schon beim ersten, die Zuneigung von 50 Personen. Die Trophäen verdienen ist eigentlich relativ simpel und sehr einfach. Wenn ihr in der allerersten Hauptstadt seid, könnt ihr, wenn ihr diese Trophäe haben wollt, jeden Menschen ansprechen. Hier könnt ihr sehen, GIF, GIF, das heißt ein Geschenk geben. Ich schwere jetzt gleich mal wieder auf Deutsch um. Und wenn ich da drücke, dann kann ich aus meinem Inventar einer Person ein Geschenk geben. Und wenn ihr dieser Person einen Lindwurmkristall gibt, das sind die Kristalle, die ihr bekommt, wenn ihr einen Drachen besiegt. Dann ist diese Person sofort in euch verliebt quasi und ihr habt diese Zuneigung bekommen. Das Ganze würde ich euch raten, bei Playstation gibt es eine richtig coole Funktion, indem ihr eure Trophäe einmal, ich weiß gar nicht, ob ich das noch machen kann, weil ich jetzt schon alle habe, aber man kann sich die so anpinnen an der Seite. Und dann könnt ihr einmal durch, während Wot gehen, alle Menschen ansprechen und denen immer ein Lindwurmkristall geben. Und dann, sobald da 50 sind, habt ihr die Trophäe geschafft. Ist eigentlich relativ simpel. Als nächstes haben wir den Sensenmann verhöhnt. Dafür muss man mehrere Personen gleichzeitig wiederbeleben. Das würde jetzt sehr, 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 sehr viel zu weit führen. Schaut euch dafür mein Sphinx Video an, weil ihr müsst das Sphinx Rätsel abschließen und die Sphinx am Ende auch besiegen, um diese Trophäe überhaupt zu bekommen, weil es nur einen einzigen Stein im ganzen Spiel gibt, der die Möglichkeit bietet, mehr als eine Person gleichzeitig wieder zu beleben. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall die Sphinx Quest Reihe da machen. Da habe ich aber schon ein Video dazu gemacht, mit kompletten Step-for-Step, wie ihr die findet, welche Rätsel ihr lösen müsst und wie ihr die Rätsel lösen müsst. Da könnt ihr halt einfach euch entlanghangeln. Das ist witzig, ein Streit zwischen deinen Verehrern und deiner Behausung beobachtet. Das ist auch eine Trophäe, die habe ich auch nur durch den Chat schaffen können, weil die ist auch wirklich kompliziert. Also, wenn ihr hier am Haus seid, könnt ihr vom Haus aus hier runter sprengen und dann in ein anderes Haus gehen. Und zwar genau das, worauf ihr hier zulauft. Und hier seht ihr ein Ehepaar. Eine Frau und ein Mann sitzt hier normalerweise. Am besten macht ihr immer einmal bis morgens schlafen. Dann sitzen beide hier. Und dann gebt ihr ihr und auch ihm jeweils einen Lindwurmkristall. Geht wieder zurück nach Hause. Schlaft bis abends. Geht wieder zurück und gebt wieder jeweils einen Lindwurmkristall. Dann verfolgen euch beide. Die sind total verliebt in euch. Und dann bringt ihr sie hier außen rum einmal zu euch nach Hause. Und sobald ihr zu Hause angekommen seid, artet ein Streit zwischen den beiden aus und ihr kriegt die Trophäe. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll, aber auf jeden Fall eine sehr witzige Trophäe. Es gibt drei Trophäen für die Medusa. Einmal eine Medusa versteinert. Einmal eine Medusa enthauptet. Und ein Medusakopf konserviert. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach machbar. Auch in einem Durchlauf. Erstmal, wo gibt es eine Medusa? Es gibt glaube ich oder meines Wissens nach nur einen Ort, wo es eine Medusa gibt. Und das ist hier unten in der schattenhaften Tiefe. Da ist eine Medusa. Und was ihr machen müsst, ist einen Magier mitnehmen, der euch mit Blitz verzaubert. Und euch selber nehmt ihr die laufbaren Dieb. Ihr könnt alternativ auch einen Dieb nehmen, der Dolche hat, die sowieso schon von Haus aus Elektroschaden machen. Aber wenn ihr die nicht habt, wahrscheinlich habt ihr die nicht, weil die gibt es erst relativ spät, könnt ihr auch einen normalen Dieb nehmen und einen Vasallen mitnehmen, der Magier ist und eure Waffe Blitzschaden hinzufügen könnt. Dann müsst ihr zur Medusa hingehen und hier auf den Kopf steigen. Und dann die ganze Zeit mit den Standardangriffen angreifen. Das dauert nicht lang. Dann ungefähr nach 20 Schlägen habt ihr den Kopf abgetrennt, auch bevor alle Leisten weg sind. Und der Kopf liegt auf dem Boden. Dann kriegt ihr sofort die Trophäe für eine Medusa enthauptet. Und ich glaube eine Medusa besiegt oder sowas. Und diesen Kopf müsst ihr dann... Nein, falsch. Dann kriegt ihr die Trophäe für eine Medusa enthauptet. Wenn ihr den Kopf dann, der liegt auf dem Boden, nehmt, dann kriegt ihr die Trophäe für einen Medusa-Kopf konserviert. Dann müsst ihr ganz schnell nach Bagbatal zurück und diesen Kopf einlagern, weil der verfault und ihr müsst den frisch haben. Das bedeutet am besten einen Reisestein benutzen und am besten auch einen Zielkristall hier hinsetzen, um euch da dann wieder hin zu porten. Weil ihr werdet beim ersten Mal hinlaufen schon merken, oh, der Weg ist echt ass und da sind richtig viele Gegner. Deswegen auf jeden Fall hier ein Zielkristall und dann nach Bagbatal zurückreisen mit dem Kopf in der Tasche. Den legt ihr dann ins Lager und dann müsst ihr 14 Tage warten, weil die Respawn-Zeit von der Medusa sind 14 Tage. Dann nehmt ihr den Kopf wieder aus dem Lager raus, reist wieder zurück zur Medusa, nehmt den Kopf aus der Tasche und könnt den Kopf dann einsetzen wie eure Lampe. Dann habt ihr den in der Hand und dann könnt ihr den nutzen. Und wenn ihr den genutzt habt, müsst ihr auf den Kopf von der Medusa zielen und die versteinern. Das dauert so ungefähr 5 Sekunden, wie ihr sie dann treffen müsst und dann ist sie versteinert und dann habt ihr die Trophäe auch. So könnt ihr direkt 3 Medusa-Trophäen in einem machen. Das ist eigentlich ganz easy, wenn ihr einmal wisst, wie es geht. Zu den Meisterlehren werde ich kein dediziertes Video machen, auch hier nichts zu sagen. Da solltet ihr euch einfach mal an einem Guide entlang hangeln. Jede Klasse hat mindestens eine Meisterlehre. Einige Meisterlehren sind sehr einfach zu bekommen, andere sind relativ schwierig. Vielleicht 2-3 Worte von mir, die ich, die Probleme die ich hatte. Die Meisterlehre für den Erzmagier, dafür muss man Bücher verdoppeln bei dem Schwarzmarkt. Außerdem bekommt man, wenn man die eine schwarze Magier Meisterlehre bekommen hat, auch sofort die für den normalen Magier. Außerdem ist die Illusionisten-Meisterlehre sehr, sehr einfach zu bekommen. Auch die Meisterlehre für den Kämpfer ist sehr einfach zu bekommen, Melbe von dem Lennart. Aber da würde ich euch wirklich raten, schaut euch einen Guide an, das würde das Video hier jetzt einmal komplett sprengen. Ich hatte mal überlegt dazu ein Video zu machen, würde aber auch meine Zeit sprengen, um das zu machen. Weil ich mache das ja hier alles nur nebenbei. Das würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, alle Meisterlehren einmal zu zeigen. Ihr könntet, wenn ihr wollt, euch Stunden meines VODs auf Twitch angucken. Aber für alle, die das Video vielleicht in ein paar Monaten sehen, ist das auch wieder nicht sinnvoll. Deswegen schaut euch da auf jeden Fall einen Guide an für die Meisterlehren. Das ist nicht so schwer, das ist ein 11 Stück insgesamt. Das kriegt man auf jeden Fall hin, es ist nicht so schwer, ich habe es auch geschafft. 50 Orte entdecken, das war echt eine Ass-Aufgabe. Die habe ich auch erst ganz zum Schluss geschafft. Ihr müsst jede Höhle, also nicht jeder, aber ihr müsst alle Höhlen bereisen oder viele Höhlen bereisen, um das zu bekommen. Es zählen nur wirklich Orte mit einem Banner, bedeutet Höhlen und Städte oder Dörfer. Normale Aussichtspunkte zählen da leider nicht zu. Was ich gemacht habe, ist einfach alle möglichen Höhlen, die ich noch irgendwie offen hatte, zu bereisen, um die zu bekommen. Kann man eigentlich relativ easy kriegen. Das Drachendogma, dazu will ich nicht zu viel verraten, weil das würde extrem spoilern, kann man später beim Drachenschmied kaufen, wenn ihr ein bestimmtes Ende erreicht habt. Jede Art von Fleisch bei Tag und Nacht grillen. Das war die letzte Trophäe, die ich brauchte für Platin. Kann ich gerade mal einblenden. Der wahre Erweckte. Mit so einem geilen Bild. Und dafür müsst ihr einfach jede Art von Fleisch einmal grillen. Das bedeutet einmal Bestiensteak und Bestienrippchen und dann die normalen, die gereiften und die verrotteten und ein exquisites Trockenfleisch. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Ich habe noch ein paar auf Lager. Ne, habe ich sogar noch bei. Einlagern. Hier, das habe ich nicht als letztes gemacht. Bestienrippchen braucht ihr und Bestienfleisch. Beasteak braucht ihr. Also Beasteak, alle drei Stufen und Bestienrippchen, alle drei Stufen. Und edles Dörrfleisch. Das sind die sieben Sachen, die ihr braucht. Und da braucht ihr jeweils zwei von. Und dann müsst ihr einmal am Tag beim Camp jeweils das zubereiten. Einmal nachts jeweils zubereiten. Ich werde euch einmal die Liste hier links auflisten. Ist leider auf Englisch, aber solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen. Edles Dörrfleisch, Rindirippchen und das Beasteak in allen Formen. Dann kriegt ihr auch die Trophäe. Ist nicht schwierig, aber schon sehr nervig. Noch ein Tipp dazu. Wenn ihr Steak und Rippchen und Fleisch ins Lager packt, über den Lauf eurer Zeit des Spiels, dann verrottet das nicht. Deswegen Fleisch nicht verkaufen und nicht benutzen, sondern immer ins Lager packen. Wenn ihr dann irgendwann dazu kommt, diese Trophäe zu machen, dann werdet ihr auf jeden Fall genug Fleisch haben. Ich habe ein paar Tage gesammelt und habe dann angefangen, die Trophäe zu machen. Und konnte dann einfach alles aus dem Lager rausnehmen. Und das hat super geklappt. Bei dem Gigantus will ich auch nicht zu viel verraten. Ein Tipp, nehmt euch ein Verhängnisfile mit. Das ist der Fall, den ihr beim Drachenschmied kaufen könnt, der Gegner sofort tötet. 80 Sucharmedaillons kann man auch nicht viel zu sagen. Das ist halt einfach suchen. Und den Gigantus wieder zum Gehen verholfen. Da will ich auch nicht zu viel zu verraten, das würde auch spoilern. Aber geht mal in der gottlosen Welt nochmal zum Gigantus hin. Das sollte euch auf jeden Fall helfen. Ich glaube der Rest, das könnt ihr alles relativ easy selber schaffen. Gottlose Welt würde auch spoilern, weil das Endgame ist. Aber die gottlosen Welt Sachen, die solltet ihr eigentlich auch easy hinbekommen. Das ist nicht so schwer. Und wie gesagt, das für die Swings, die Trophäe. Dafür habe ich ja schon einen Guide gemacht. Den könnt ihr euch dann einfach dazu anschauen. Allgemein muss ich sagen, war das jetzt nicht unbedingt die schwerste Platin-Trophäe. Aber eine sehr schöne Platin-Trophäe. Es gab kaum Trophäen, wo ich mir dachte, oh, das passt irgendwie nicht so gut ins Game. Was auch cool ist, ihr könnt theoretisch alle Trophäen in einem Durchlauf bekommen. Müsst also gar kein NG Plus starten, wenn ihr einmal den Spielstand hochladet, bevor ihr den Endboss besiegt, weil es ja zwei verschiedene Enden gibt. Aber abgesehen davon könnt ihr eigentlich fast alles, oder könnt alles, ohne einen zweiten Durchlauf schaffen. Das finde ich auch immer sehr gut. Bei Lords of the Fallen oder bei den Souls-Likes kennt ihr das ja. Muss man öfters mal mehrere Durchläufe machen, um irgendwelche Zauber- oder Waffen oder sowas zu finden. Das gibt es hier zum Glück gar nicht. Es gibt keine Trophäe, ey, hol dir jede Rüstung oder ey, hol dir jede Waffe. Das ist zum Glück nicht mit drin, weil das würde dann extrem ausarten in einer Goldsucherei oder Waffensucherei. Also für alle da draußen, die Dragon's Dogma 2 gut finden, kann ich sehr empfehlen. Die Platin ist echt eine coole Zusatzherausforderung. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wer von euch schon die Platin hat. Da gibt es bestimmt auch schon den einen oder anderen. Ich habe ja einige aus der Community, die in der Top 50 sind der Platin. Da gibt es sogar auch schon Bestenlisten. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Irgendwo Top 100, Top 200 ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Aber da kann man auf jeden Fall noch vorne mit dabei sein. Wie gesagt, keine schwere Platin. Und ja, damit ist das Kapitel Dragon's Dogma 2 für mich auf jeden Fall erstmal beendet. Es wird bestimmt ein DLC geben irgendwann. Da wäre ich dann bestimmt auch nochmal ein Video zu machen. Ansonsten, wenn nichts sehr Besonderes in Dragon's Dogma 2 noch kommt, war es das selbst in Dragon's Dogma 2 hier auf dem Kanal. Hat mich sehr gefreut. Ich würde mich natürlich sehr über einen Follow auf dem Kanal freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt zu anderen Spielen und zum Lou. Und natürlich sehr über ein Like auf dem Video. Und sage uns zunächst mal Leute, haut rein.